23.958.058 Menschen sind jetzt gerade online auf Steam. Davon sind 6.071.166 Menschen in einem Spiel. Das Ganze verteilt auf hunderte und aberhunderte Games. Darunter natürlich die Top 3 Counter-Strike. Blackmouth Wukong mit 508.000 Spielern. Banana? Was zum Teufel ist Banana? Das ist es. Das ist ein Bananen-Click-Game. Rekorde werden links und rechts gebrochen von neuen Releases mit zweieinhalb Millionen Spielen auf einmal. Doch was ist, wenn man diesen Knopf hier drückt? Herzlich willkommen in dem Bereich auf Steam, wo niemand mehr die Spiele spielt. Wir schauen uns heute fünf Spiele an, die mein Team vorbereitet hat, um mich zu foltern und mich zu verstümmeln. Die letzte Folge kam insane gut an. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Ich würde mich freuen, wenn wir auch auf dieses Video wieder 9.262 Likes schaffen. Abonnieren kostet nichts. Ich mag dich. Du siehst klasse aus. Spiel Nummer 1! Das ist der Start vom Spiel, Leute. Ich habe bisher noch nichts gemacht. Okay, was zum Teufel. Rechts haben wir Statusleisten. Von wegen Schlafen, Pillen, Essen, Pinkeln, Waschen und so weiter und so weiter. Okay, was soll ich machen? Kann ich hier rüberklettern? Oh mein fucking Gott. Und das fällt ihr jetzt erst ein? Das ist ja der absolute Habe. Warum wurde ich festgehalten? Wer bin ich? An welchem Ort bin ich hier gelandet? Das sind alles Dinge, die wir jetzt nach und nach lernen müssen. So viel ist klar. Wir wissen nur, dass niemand dieses Spiel spielt. Oh mein Gott. Oh ja, darfst mich diesen Zettel lesen. Okay, es geht hier irgendwie um heiße und kalte Artefakte, die irgendwo gelagert werden. I'm not sure at all, was das jetzt hier... Huh? Warum? Guck mal, ich gehe nach vorne, drücke Leertaste und sie dreht sich um und moonwalkt einfach davon, während sie liest. Das ist doch scheiße. Das ist doch einfach nur... Kacke! Oh nein! Jetzt ist mein Headset kaputt gegangen. So ein Mist. Ich möchte jetzt natürlich ein neues haben. Und das günstigste vor allem. Und dazu nutze ich die Idealo-App. In der Idealo-App findet ihr immer den günstigsten Preis von irgendwelchen Produkten, die ihr euch gerade wünscht oder kaufen wollt. Zum Beispiel hier könnt ihr auf alle Angebote anzeigen gehen. Da findet ihr vom günstigsten bis zum neuesten Preis immer alle Angebote. Auch B-Ware und gebrauchte Waren sind da manchmal aufgelistet. Ihr seht den Preisverlauf und wie teuer das Produkt irgendwann schon mal war. Zum Beispiel war es hier schon mal bei 145 Euro. Und ich sage jetzt zum Beispiel, hey, ich möchte mir tatsächlich einen Preiswecker einstellen für den Zeitpunkt, wo es wieder 140 Euro kostet. Das können wir einfach so machen. Weichern das ab und bekommen eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn der Preis irgendwann wieder bei 140 Euro sein sollte, damit man dann shoppen gehen kann. Ganz einfach. Und falls ihr gerade im Laden seid und dort ein Produkt direkt vergleichen möchtet mit Online-Preisen, ist ganz einfach. Ich nehme jetzt mal das schöne Deo, was hier steht. Ihr geht hier oben auf den Scanner, scannt das Produkt ganz entspannt ein und seht direkt die besten Preise, die es online gibt. Das ist super, super einfach. Das ist super, super worth es zu tun, damit ihr wisst, wo ihr den besten Preis findet. Hier oben ist ein QR-Code. Ladet euch das gerne runter. Vertraut mir, ich benutze es gerade jeden Tag, wenn ich irgendwelche Sachen online kaufen will, ohne Scheiß. Das ist einfach super, super einfach. Schaut es euch einfach mal runter. Schaut es euch an. Ist eine Gratis-App fürs Handy. Abfahrt. Was ist hier mit? Hier liegt natürlich ein bisschen Medizin auf dem Tisch. Die packe ich mir natürlich direkt ein, um sie mir später in die Wehen zu hauen. Oh, jetzt wäscht sie sich. Kann ich baden? Okay, ich kann nicht waschen. Ich kann aber kacken. Ich war pissen. Was soll ich hier machen? Okay, ich gehe jetzt mal nach unten. Hier ist eine Treppe. Moin. Ist das ein Blutfleck? Sie ist einfach zusammengeknickt. Was war das? Also, ich weiß nicht, was genau hier passiert ist. Was ist denn jetzt los? Achso, hat sie Hunger und Durst? Soll ich irgendwie... Okay. Ich habe es gegessen. Habe ich noch was zu trinken? Antidepressiva könnte ich... Komm. What the fuck? Ich habe so viele Fragen. Jetzt kann ich hier eine Bluse mitnehmen. Wo muss ich überhaupt hin? Was ist das Ziel? Ach nee, hier ist schon wieder so eine Pfütze. Ah! What the... What the... Das Vieh hat mir das Genick gebrochen. Nein! Ich werde gleich wahnsinnig. Guck mal. Stell dir mal vor, du gehst arbeiten, kommst nach Hause, denkst dir so, ich zocke mal ein paar geile Games auf den Abend. Und dann findest du das hier. Der Bildschirm wackelt. Du hast für das Game 7 Euro bezahlt. Das ist ein Döner mittlerweile. Du hättest auch davon einen Tag lang essen können. Es gibt auch keinen Kontext. Hier gibt es eine Menge Antidepressiva, die man sich hier reinhauen kann. Guck mal, eins nach dem anderen. Zack. Sie ist die ganze Zeit am Niesen. Ihr ist kalt. Jetzt baut ihr wieder gleich aus dem Fleck da der Zombie, wa? Ja, komm. Ja, und dann sprintet der wieder auf mich zu. Aber da mir kalt ist, kann ich nicht sprinten. Eww. Eww. Hä? 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 Warte, was geht hier gerade ab? Sound. Oh mein fucking Gott. Meine Damen und Herren, wir sind in Girl Amazon Survival. Ein Spiel, das vor sieben Jahren einmal bis zu 2000 Spiele hatte. Das muss ja was heißen. Das ist übrigens unsere Person. Wir gehen mal in den Singleplayer. Ich habe keine Ahnung, worum dieses Spiel geht. Find Painkiller. Habe ich? Ich habe keinen Sound. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso habe ich eine Minigun? Was ist das jetzt? Okay, das Blut ist blau. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Speer. Sie hält den Speer komplett falsch rum. Au! Warum ist mein Blut rot? Wir haben eine Mission. Finde Schmerzmittel. Wir haben auch rechts am Bildschirm ein Ziel vor Augen. 300 Meter. Bin mal gespannt, wo es uns hinführt. Noch 33 Meter. Oh. Oh, was? Hier war ein Zombie auf dem Boden. Ach, die spawnen hier jetzt auch. Was ist da gerade explodieren? Ich habe das Auto kaputt gemacht. Ah. Oh, ist das laut. Ich höre meine eigene Stimme nicht mehr. Oh, das ist wirklich laut. Ich glaube, ich bin im falschen Haus. Kann das sein? Hat da jemand gerade eine Metalpipe fein gelassen? Habt ihr es gehört? Schon wieder. Oder soll das eine Kirche sein? Okay. Ah, hier ist mein Inventar. Ich kann mich natürlich auch ausziehen. So. Wir kämpfen mal mit dem Dings hier. Sehr schönes Tod. Wir gehen jetzt mal hier. Ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, ja. Hier müssen wir rein. Warte. Oh, der Kopf ist abgefallen. Ah, da war das Schmerzmittel. Glückwunsch. Mission completed. Ich kriege jetzt die nächste Mission in 19 Minuten. Why? Warum können die mir nicht einfach die nächste Mission geben? Okay, ich habe jetzt aber ein bisschen Geld bekommen. Wir könnten uns irgendwas Neues kaufen. Als was wird das Spiel eigentlich beschrieben? Das ist ja wirklich komplett schrecklich. Bleib am Leben. Kämpf mit den Banditen und Zombies. Jage Tiere. Baue Häuser. Das ist die Beschreibung. Auch 1.800. Was ist das? Wild Island Quest. Jut, ich drücke mal auf Neues Spiel. Ich lasse mich jetzt mal komplett überraschen. Ich versuche es so gut es geht zu übersetzen. Also hier sind ein paar Freunde, die gehen in der Nacht auf den Rand einer Insel zu. Das ist die berühmte wilde Insel. Ach du Scheiße. Auch dieses Spiel hatte, by the way, fast 2000 Spieler. Das sind so ein paar Screenshots. Und dann gehen diese Figürchen jetzt von A nach B. Und das ist die Insel, von der sie gesprochen haben. Okay, es geht also um genau diese Insel. Oh! 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 Ach du Scheiße, wer bist du? So, Snoopy ist rübergesprungen auf die Insel. Und wir müssen jetzt hinterher. Dicker, was? Das sieht alles aus wie der schlimmste Fiebertraum meines Lebens. Guck dir das mal an. Dicker, hä? Du fällst ins Wasser. Total gierig. Fällst du zum Wasser. Trinkend. Das Wasser ist pur. Kalt. Und lecker. Ah! Wer sind die jetzt? Ah! Ach du heilige Scheiße. Nach einiger Zeit bist du an einen Totem gebunden worden. Ist das Snoopy da hinten? Ach du Scheiße. Die haben uns Snoopy geraubt, Leute. Plötzlich wird geschossen. Dann kommt Conans Vater aus dem Busch. Junge, da kam einfach so ein Brä an. Er schießt ein paar aus diesem Volk, um ihn zu retten oder was? Ist das scheiße. What the fuck? What the fuck ist mein Auge sehnt? Das war's? Drei Euro kostet die Scheiße. Du kannst drei Euro für dieses Abenteuer bezahlen. Das ist ja der Wahnsinn. Es haben auch sich sehr viele gekauft. Okay. Ein paar Screenshots haben wir noch nicht ge... Ach du Scheiße. Kandidatos Card. Das ist einfach ein Spiel mit politischen Figuren oder so. Ist das so? Ich hab keine Ahnung. Im Hintergrund. Eine Windmühle mit einem Gebäude. Ein Steinpenis, der aus dem Boden wächst. Ich hab keine Ahnung, wer diese Leute sind. Wer sind die? The craziest race with the fastest and most furious Kandidatos in Brasil. Wait, what? Das ist ja der Hammer. Stellt euch mal vor, das hätten wir hier in Deutschland. Das wäre ja ühegeil. Wer ist das? Escolha O Candidato. Ne, dann nehme ich ihn hier. Der sieht aus wie... Ja, keine Ahnung. Wer ist das? Siroc? Digga, was ist das? Wie fahr ich? Mit Pfeiltasten. Scheiße. Okay, warte, warte, warte. Das kann ich aufholen. Es ist basically Mario Kart. Hey, das ist sogar voll solide gemacht. Hä? Wer ist das da vorne? Das bin doch ich, oder nicht? Das ist doch derselbe Wert. Den holen wir jetzt noch ein. Den holen wir jetzt noch ein. Den holen wir jetzt noch ein. Warte. Let's go. Ist das bescheuert? Das hat einfach 90% positive Bewertung und ist aus 2020. Der hat noch ein Game. Nein. Der hat ein Fight Game mit den Präsidenten? Das ist ja der Hammer. Ich brauche jetzt jemanden, der mit mir zockt. Ist mir jetzt scheißegal. Okay. Ich verstehe halt kein Wort leider hier. Okay. Dann nehme ich jetzt mal Sie. Ist das einfach Merkel? Oh, yeah. Ich bin saldando Amandjok. Warum liga? Ich bin schon doch klar. Ich bin schon mal eine andere. Ich bin nicht hier, aber ich bin hier. Fight! Let's go. Komm, du schaffst leider ab. Du kriegst so auf die... Oh! Oh! Oh, wie ist das? Oh, Gott. Okay. Round two. Fight! Alter! Oh! Yo! Hast du die Feuerballe gesehen? Hast du Feuer gemacht? Ja, ja, ja. Oh, Alter. Ja, ich bin einfach zu gut in dem Spiel. Es tut mir leid. Ja, Mensch. Aber es war doch witzig. Das hat Spaß gemacht. Ihr weiter schneiden geht's. Okay. Tschüss. Warum das keine Spieler hat, ist für mich ein absolutes Rätsel. Das hatte mal 3000 Spieler. All-Time-Peak. Hä? Baldi's Basic Classic Remastered ist ein Horrorspiel. Das ist keine Lernsoftware. Ich kann nicht nach oben und unten gucken. What the fuck bin ich sehen? Was ist das für ein Spiel? Ich soll jetzt Notizbücher finden. What the fuck is going on? Bro, was bin ich sehen? Alter, Mathe. Yippie. 8 minus 7 ist 1. Oh. Oh, der ist wütend. 7 minus 6 ist 1. Das kann ich nicht lesen. Das ist eine 2. Oh. Was ist jetzt los? Hä? Was ist das? Hier klatscht jemand. Ah! Was? Was soll das? Was sucht ihr mir hier für komische Scheiße raus, yo? Hä? Ja, okay. 8. 3. 2. 4. 3. Das kann ich nicht lesen. 8. I get angry for every problem you get wrong. Okay, er wird also immer saurer. Er wird immer saurer, wenn man irgendwas falsch macht. Aber was soll ich jetzt dagegen machen? Soll ich mich jetzt hier einfach hinten hinstellen und abwarten oder was? Mit jedem Schlag kommt er näher. Okay, was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay, ich gehe jetzt einfach weg hier. Oh mein Gott, der kommt immer näher. Okay, wir kommen jetzt hin. Wer ist denn das jetzt? Der ist... Er kommt immer näher! Als nächstes in diesem Format machen wir eine Multiplayer-Folge, wo ich mit dem Livestream-Chat zusammen tote Spiele wieder fülle. Erstmal... Ja, also ich sag euch, wie es ist. Lasst ein Like da. Falls ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt euren Akkustand in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Hau da rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis denn. Lässt du das noch laufen, Tim, wie ich hier lächle? Lässt du das noch laufen, Tim, wie ich hier lächle?